Ich versuche zu sagen, dass es keine Firma in der Industrie gibt, die heute das hydraulische Know-how und die Produktion, um es zu produzieren, aber für NUSWAL. Hyperflow ist das automatische Nivellieren der beiden Tragarme und das automatische Entlüften des Hydrauliksystems, weil sie in einem Hydrauliksystem immer Luft haben, unterschiedliche Temperaturen haben und dadurch die Nivellierung der beiden Tragarme verlieren. Wir machen das so, dass jedes Mal, wenn sie in die obere Position fahren, dieser Vorgang entlüften und Synchronisierung der Tragarme automatisch vonstatten geht. Die Hydraulik Lifts, die jetzt auf dem Markt sind, haben immer ein Mechanical Synchronisation System mit Kabel. Die Kabel arbeiten mit Pulle und Hooks, aber unsere Lift nicht hat es. Wir haben nur die Hydraulik Hose, die von einem Köln bis zum anderen zu gehen. Deshalb sind wir flexibel, wenn Sie in der Lift positionieren. Wir freuen uns, wie wir in der Lift kommen passieren. Wir sind ein Kob 신�frage. Wir sind gute dude. Ich liebe Jesus. Ich liebe closely Menschen. Wir sind viele, da die ganze Zeit. Wir sind all die Situation ver Одin. Wir sind ein paar die Dinge, das Red pigment ist.